Ja, mhm, ja. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Wie läuft's? Den Riechstestleit machen. Den Riechstestleit machen. Den Riechstestleit machen. Danke, nein. Das ist ein Hightech-Gerütt, was Geruch offen sich also verspricht zu entfernen. Schlechten Geruch. Wir mögen doch alle, wie du bist. Durch Plasma. Aber wer definiert den schlechten Geruch? Willst du es nicht hinterher lieber machen? Lass es Plasma. Oder einfach direkt im Körper. Das klingt so maximäßig. Ja, zwei davon, bitte. Das klingt viel besser. Also, ich weiß nicht, wer das jetzt mal versuchen möchte, links und rechts vergleicht. Ich glaub's dir. Einfach so. Das klingt viel besser. Komm mal.